Hallo zusammen, grüßt euch. Der Trailer ist mit dem Titel versehen. Jens Spahn will die Impfpflicht einführen und ein Bußgeld verhängen in Höhe von bis zu 2500 Euro gegen diejenigen, die ihre Jungen, sprich männlich-weiblichen Kinder nicht impfen lassen. Wenn der Artikel, der Beitrag interessiert, einfach klicken, VK oder Bitschut. Ciao.